Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2002 unter. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-Statenbesatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Computerblockbuch Nummer 1, der Enterprise-Stat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich empfere Lebensformen. 20,7 Grad, Markierung 7, Entfernung 1,730,16 Meter. Captain McCoy und Mr. Spock. Weiteres leider scheint auch nichts zu existieren. Diesen Sensor zeigte mir nicht selbst nichts auf. Geben Sie das an Captain McCoy durch. Captain, wir registrieren noch physische Impulse von Ihnen. Hey Captain! Captain McCoy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das nun für ein Zeug? Es wird in der Dichte. Vielleicht ist dadurch die Verbindung mit dem Schiff unterbrochen worden. Möglich. Es ist mir unverständlich, wieso die Schiffssensoren nur unsere Impulse registrieren. Wären wir hier unten, Werke von noch weiteren Lebensformen erhalten, sind Sie noch das vor. Keine Veränderung, Sir. Es ist ein Feuerwerk. Was ist das? Was ist das? Was ist das? See, ses minutereg her. Was ist das? Welac固id?